So, und schauen wir mal wieder am letzten Level, Mann. Das ging eigentlich echt schnell. Wenn man bedenkt, dass wir noch ganz vor so ein paar Stunden erst am Anfang von Rapture waren, wo die Flugzeugabstelle jetzt da überlegt haben und dann runter zu Rapture sind. Unglaublich, oder? Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner, und manches im Leben tut es nicht mehr. Oh, mein Gott. Ich habe einen Schnapp. Oh, ich habe einen Schnapp. Das ist ein Schnapp. Ich habe einen 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 Schnapp. Und jetzt haben wir den letzten Schnapp. Haha, von Tane. Ich habe einen Schnapp. Worte gepohnt, ja. Ich habe den Schnapp. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben an was du dich zu erinnern glaubst ist etwas. Oh, jetzt. Pate supplied uns hier im Kump. Ah. NOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NOOCH! 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 Mwhohohoho! Sehr nice. Ich muss noch mal schauen. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Ja, das war Bioshock. Ein wirklich sehr schönes Ende. Wirklich, wirklich schön. Und ja, ich denke mal, eines der besten Spiele mit, die es so in damaligen paar Jahren gab. Und ja, dann wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war euer Tumso hier. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Dann werdet ihr so wieder schöne Gameplay-Videos sehen. Yay! Und lasst Kommentare da. Ich freue mich immer über Kommentare. Denn ein Tag ohne Kommentare ist so, als würde man ein Buch ohne Buchstaben lesen. Oder irgend sowas in der Art. Also dann, vielen Dank fürs Einschreiben. Ich bin raus. Woohoo!